Hallo ihr kleinen Party-Monster! Chino und Ichi hier oben auf den Burgmauern. Wir sind heute in Kufstein und spielen für die Österreicher. Wunderschön, es ist der Wahnsinn, was wir erleben dürfen. Heute Abend spielen wir genau hier. Schaut euch das an! Komm, jetzt schauen wir uns das Ganze von oben an. Einmal rum, wollen wir nicht geizen mit den Reizen. Ein Edelschwenk. Backstakes ist heute im Burgverlies, wo früher nur die bösen Jungs eingesperrt wurden.